Ich bin gerade auf meinen Server gejoint, äh, beziehungsweise auf meinen Server-Hub hier, ähm, und hier steht einfach KingGabriel01, also ihr seht hier, ich bin gejoint und, äh, KingGabriel01, hi, ich, hi, er schreibt, hi, cool, ja, ich weiß, ihr wollt Skyblock sehen und ich dachte mir jetzt eigentlich, was wäre, wenn ich jetzt einfach diesen random Zuschauer auf meine Skyblock-Welt mal lasse und gucke, was passiert, was der tut. Also ich habe keinen Gast für heute eingeplant, aber irgendwie KingGabriel, alle gut, gut, alles klar, ähm, warte kurz, du hast Glück, Ausrufezeichen, so, Achtung, 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 warte mal, er hat jetzt gewonnen, weil, weil, der, der wartet da jetzt, äh, schon die ganze Zeit wahrscheinlich, so, Slash, Send, KingGabriel, zu Server 9, zu Server 9, hu, moin, willkommen in Skyblock, Ausrufezeichen, baust du mir bitte die Boote ab, Fragezeichen, alter, Leute, ich habe einen Sklaven, nice, KingGabriel ist jetzt mein Sklave, so, guck mal, hier, ähm, er kann hier das dann nehmen, So, bitteschön, so, der KingGabriel regelt das Ganze jetzt, der baut mir jetzt die Boote ab, äh, bau alle Boote ab, brauche deine Hilfe, die Boote, die Boote, das, das sind Boote, KingGabriel, da, abbauen, bau die bitte ab, alle, außer da, wo die Phantome drin sind, weh, du baust die mit den Phantomen ab, So, ich bin jetzt mal gespannt, was das wird, so, ähm, ja, was der hier macht, also, ich könnte mich jetzt auch easy schlafen legen, aber irgendwie, äh, muss ich jetzt mal gucken, was der KingGabriel hier so Anstellt, ne, ich, hol mir hier ein bisschen Essen, Und er baut alle Boote ab, das finde ich schon mal schön, ich habe einen Sklaven, der den Prank behebt, Das finde ich richtig nice, Mann, das gefällt mir, so, Da unten habe ich meine Mob-Farm, da muss ich, glaube ich, muss ich da noch die Boote entfernen, äh, Hier sind noch mehr, Punkt, 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 ne, Ja, KingGabriel, der regelt das, Ja, eigentlich wollte ich mit einem, äh, Weiteren Gast eine weitere Insel voll machen, Aber, Das Problem ist, Ich habe gerade auf die Schnelle keinen neuen Gast gefunden, Deswegen dachte ich, jo, let's go, äh, Wir gucken einfach mal, und dann, äh, Kam plötzlich KingGabriel, Und ich glaube, der KingGabriel, der macht das Ganze so gut, Äh, Den können wir gleich auch beauftragen, Dass der sich wohin baut, ne, Dann gebe ich ihm ein bisschen Holz, Und hier sind noch mehr, KingGabriel, Da sind noch mehr Boote, Aber gut, ich, ich vertraue ihm, Ich vertraue ihm, Er ist jetzt einfach der Star meiner Folge, Also Leute, Für KingGabriel einmal bitte einen Daumen nach oben da lassen, Ähm, Und ich dachte mir, Keine Ahnung, Nicht jede Folge oder so, Aber, Wenn da Leute campen, Bei mir auf dem Server, Play.basti.de, Kann ich ja vielleicht den einen oder anderen mal, äh, Auf die Skyblock-Welt, äh, Mit reinmufen, Und dann sei da in der Folge mit drin, Ne, Also, Finde das gut, Ich muss ihn nur ein bisschen im Auge behalten, Weil, Scheißdreck sollte man halt eben nicht machen, Von daher, Gucken wir jetzt einfach mal, Was der KingGabriel so regelt, Ich, äh, Vielleicht beauftrage ich ihn auch ein bisschen, Äh, Was ist cool, Fragezeichen, Ich muss gucken, Was der macht, Gabriel, Ja, Du, Danke, Du bist cool, Du hilfst, Mir sehr, Ausrufezeichen, Das ist echt nice, Ne, Wir entfernen den Boots-Prank, Ja, Gut, Er ist mein Sklave, Ich muss ihn nicht bezahlen, Eigentlich, Also, Ja, Der macht das freiwillig, Und er macht das so gut, Ähm, Du bist im Video, Ausrufezeichen, Lustig, Ne, Ja, Schreibt er, Ja, Freust du dich? Also, Leute, Vielleicht installiert ihr am besten auch die Voice, Ah, Ne, Die Voice-Mod geht hier nicht, Schade, Voice-Chat cannot connect, Vielleicht kriegen wir das noch gefixt, Und dann wäre es, Glaube ich, Noch ein Tick lustiger, Ne, Guck mal, Warte mal, Alter, Hier sind überall Boote, Steffi, Ne, Die, Die muss ich im Real-Life pranken, Ne, Jetzt darf ich nicht, Sonst kriege ich noch mehr Ärger, Jetzt müssen wir aber noch gleich dafür sorgen, Dass wir was Neues freischalten, Warte, Kannst du Fast Bridgen? Bin mal gespannt, Ob er das vielleicht kann, Mal gucken, Was? Nein, Doch nicht die Boote, King Gabriel, Nein, Das Ist der Aufzug, King Gabriel, Du hast den Bootsaufzug, Na, Okay, Oh nein, King Gabriel, Das kann doch nicht nicht wahr sein, King Gabriel, King Gabriel, Sorry, Kein Ding, Ist lustig, Oh Gott, Ja, Ja, Das müssen wir jetzt halt wieder fixen, Ich dachte, Wir schalten heute mal eine neue Insel frei, Aber, Das kann ich heute auch, Ähm, Ich glaube, Abschreiben, Ich hole mal Holz und, Äh, Fix das Ganze mal, King Gabriel, Du bist der Burner, Alter, Ey, Ich feier, Ich feier's übel, Ich find's übel lustig, Was, Wie, Wie kann ich hochkommen, Ja, Eigentlich, Mit, Dem, Aufzug, Aber, Der, Ist, Jetzt, Kaputt, Wie geil ist er denn, Okay, So, Warte, Ja, So, Machen wir das jetzt erstmal, Ich, Ich, Ich fix das, King Gabriel, Keine Sorge, Ich, Ich rette dich, So, Ähm, Guck mal, Bam, Oh Gott, Jetzt wird's wild, Der King Gabriel, Er ist einfach der Knaller, Wow, So, Und, Sack, Dann nochmal, Wupp, Ah, Nein, Oh Gott, Noch ein halbes Herz, Gehabt, Egal, Warte, King Gabriel, Chill, Bitte, So, Warte, Ähm, Hat er das jetzt wieder kaputt gemacht, So, Setzt das Boot, Er hat's gesetzt, Gut, Dann kann man das nämlich hier freilassen, Dann muss ich hier hin, Ja, Jetzt, Jetzt muss ich hier irgendwie, Da fehlt ein Boot fehlt da, Ähm, Uno Momento, Muss das da machen, Äh, Weitere Blöcke habe ich, Warte mal, Warte, 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 Ich muss das jetzt fixen, King Gabriel, So, Dann machen wir erstmal den hier, Warte, Ja, Nice, Und, Dann können wir das hier wieder, Oh, Alter, Er ist wirklich der King, Mann, Warte, Ich komme wieder runter, King Gabriel, So, Dann machen wir das da auf, Ich kann hier nämlich rein, Kann ich das da weg machen, Und muss aussteigen, So, Dann kann ich hier wieder rein, King Gabriel, Alles gut, Wir haben es wieder gefixt, Wir haben es, Wir haben es unter Kontrolle, So, Warte, Sü, Perfekt, Guck, Äh, Repariert, Ausrufezeichen, Ja, Ja, So muss das sein, King Gabriel, Gut, Das mit dem Fast Bridge, Das lassen wir mal, Mit der neuen Insel freischalten, Ich glaube, Äh, Warte mal, Jetzt, Äh, Werfen wir einfach mal, Die ganzen, Boote hier weg, Warte mal, Wie kann ich denn alles auf einmal droppen, Geht das hier nicht, Wui, Alle Boote hier weg, Einmal weg, 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 Macht er jetzt auch, Oder, Übrigens, Steffi hat das ganze Holz hier verbraten, Für Boote, Ich will gar nicht, Wie viel, Ich muss Essen haben, Ah, Okay, Ja, Dann komm, Komm mit King Gabriel, Ich feier ihn so, Den King Gabriel, Warte, Shader wurde gerade, Ja, Am Start, Ja, Komm, King Gabriel, Komm, Komm einfach, Komm, Hier, Hier hast du Essen, Hier, Hier ist Essen für dich, King Gabriel, Alter, Ich finde ihn lustig, Es ist mein neues Haustier, Warte, Ich muss die ganzen Boote hier wieder wegwerfen, Oh mein Gott, Also mit sowas habe ich heute nicht gerechnet, Mit so einer Folge, Ähm, Äh, Komm, Screenshot machen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, So Achtung, Einmal so, Warte, Er wirft Boote weg, Lass ihn, Lass ihn nochmal so gelten, Ja, Ja, So, Oh, Ja, Net Sneaken, Äh, Ist okay, Ist okay, Ist okay, So, So kann ich vielleicht, Ja, Arbeiten, Mal gucken, Äh, Auf jeden Fall, Äh, Voll lustig, Dass ich jetzt einfach einen Zuschauer auf der Map hatte, Ähm, Ja, Die Boote da oben, Die können wir von mir aus lassen, Ähm, Ich überlege gerade, Also für die heutige Folge soll es reichen, Ne, Dann hole ich mir, Nächste Folge schalten wir die Wüsteninsel frei, Würde ich sagen, Oder die, Okay, Was lässt, Was, Was lässt, Ähm, Ja, Warte kurz, Ich muss das mit ihm regeln, Achtung, Das war's, Danke fürs dabei sein, Bis dann, Ausrufezeichen, Slash, Send, Ähm, Wie heißt er, King Gabriel zu Lobby, Kann ich den Lobby senden, Wollen wir mal gucken, Slash Kick, Ich kick ihn vom Server, Sorry King Gabriel, King Gabriel, 0, 1, Äh, Äh, Danke dir, Ausrufezeichen, So, Ja, Jetzt hat er uns verlassen, Ähm, Ich werde euch jetzt auch wieder verlassen, Schreibt mal bitte einfach in die Kommentare, Wie ihr das fandet, Ich fand's einfach spontan und ziemlich nice, Und mal gucken, Vielleicht bietet sich ja sowas öfters mal an, Wenn ihr da einfach campt, Ich sag, Ich sag euch natürlich nicht, Wann ich aufnehme, Und wer Glück hat, Den kann ich ja dann mal einfach, Wop, Reinmufen, Nicht immer, Aber vielleicht, Ciao, Ich sag, ... Vielen Dank.